Wir schreiben das Jahr 1980. Handys gab es noch keine, die meisten Menschen hatten auch keinen Computer zu Hause und waren glücklich. Wenn sie sowas hatten, dann war es eine Spielkonsole. Spielkonsolen waren aber richtig teuer und die meisten Kids konnten sich sowas nicht leisten. Das änderte dann 1980, als Nintendo mit Game & Watch auf den Markt kam. Game & Watch waren kleine Spielkonsolen, LCD, Batterie betrieben, richtig günstig, erschwinglich und haben mächtig Spass gemacht. Damit hat Nintendo den Spielemarkt transformiert und obwohl pro Gerät nur ein einziges Spiel drin war, hatten sie damit mächtig Erfolg und über 40 Millionen Geräte verkauft. Wir kümmern uns heute in diesem Video um die Königsklasse, nämlich Donkey Kong von 1982. Hier drin steckt schon die ganze Technologie, die ganze Innovation der Spiele-Serie und wir kriegen raus, was drin steckt, wie es funktioniert und wer es erfunden hat. Dazu schrauben wir das Gerätchen auf und gucken rein. Eins kann ich euch sagen, ich war ziemlich erstaunt, was da drin ist. Willkommen bei Enigmas Krupp, Wissen jenseits der Schule. Auf diesem Kanal jagen wir allerlei Rätseln aus Wissenschaft und Technik nach und für mich war das hier lange ein Rätsel. Das ist Donkey Kong von Nintendo 1982 und ich habe mich schon ewig gefragt, wie funktioniert es und was steckt darin. Leider habe ich als Kind nie eins besessen und konnte es deshalb auch nicht mit gutem Gewissen aufschrauben. Das Problem habe ich jetzt aber gelöst, denn ich habe bei Ebay in Japan eins gekauft und das können wir uns heute mal genauer ansehen. Mich hat vor allem auch interessiert, wie das möglich war preislich. Das Ding hat damals etwa 70 D-Mark gekostet, technisch, nun ja, es gab zur gleichen Zeit 1982 den C64, der konnte das technisch alles auch, aber der hat 700 D-Mark gekostet, zehnmal mehr. Außerdem brauchte man da eine Steckdose dazu. Auch das Problem war an und für sich zu der Zeit gelöst. Hier ist ein Taschenrechner, ein High-End-Modell von 1982, selbes Jahr. Das funktioniert ebenfalls mit Knopfzellen. Auch das hatte richtig fest Rechenleistung, aber auch hier 400 D-Mark. Wie ging das also für 70 D-Mark und was steckt drin? Und hier ist unser Päckchen aus Japan frisch angekommen. Das Donkey Kong spielt tatsächlich drin, das freut uns. Wir packen weiter aus. Zeitung können wir leider nicht wirklich lesen. Was ist Donkey Kong? Wie geht das? Wer weiß es? Get ready for the greatest video game of all time. Donkey Kong! Donkey Kong House? Carol! 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 Also bei Family Guy ist Donkey Kong offensichtlich auch bekannt. Ihr habt jetzt auch gesehen, Donkey Kong war ursprünglich ein Arcadespiel, das dann auf Konsolen und eben auf unser Game & Watch Taschenspielchen übertragen wurde. Und wie wird es gespielt? Wir bewegen unser Männchen das Gerüst hoch und weichen Fässern aus. Das Männchen wurde übrigens später als Mario bekannt. Und oben haben wir den Donkey Kong, den wütenden Affen. Und wenn ihr da ganz genau hinschaut, dann seht ihr auch, das Spiel ist eigentlich schwarz-weiss, hat aber trotzdem farbige Elemente drin. Weshalb das so ist, das klären wir jetzt. Gehen wir es an. Wir öffnen das Donkey Kong Spiel. Zum Glück verschraubt. Ganz normale Schrauben, keine blöden Pentalobe-Schrauben, wie sie heute teilweise üblich sind. Es ist auch überhaupt nichts verklebt. Man drückt ein bisschen rein und schon ist es offen. Was ist drin? Wir sehen sofort einen Piezo-Lautsprecher, der ist für das Gepiepse verantwortlich. Und eine Leiterplatte, eine braune Leiterplatte, die ist fast leer. In der Mitte ist ein Chip, ein paar Kondensatoren. Und unter diesem weissen Kit ist ein Quarz, das ist ein Uhrenquarz. Und sonst sehen wir, wir sehen noch die Taster, das ist auf der Leiterplatte und diese Gummimatten. Und sonst sind das LCD-Displays. Und wie die funktionieren und wie der Chip funktioniert, das schauen wir uns jetzt dann gleich an. Aber zuerst wollen wir wissen, wer hat es eigentlich erfunden. Und erfunden haben es zwei Japaner. Der eine hat das System erfunden, das Game & Watch. Und der andere hat Donkey Kong erfunden. Der erste war Gunpei Yokoi. Das war ein langjähriger Mitarbeiter von Nintendo. Und der hat auf einer Geschäftsreise im Shinkansen-Zug einen Geschäftsmann beobachtet, wie der gelangweilt auf dem Taschenrechner rumgedrückt hat und sozusagen gespielt hat. Das hat ihm die Idee gegeben, einen Taschenrechner-ähnliches Minispiel zu entwickeln. Und mit dieser Idee ist er zum CEO von Nintendo gegangen. Das hat dann zu einem Meeting mit dem CEO von Sharp geführt. Und zusammen haben sie entschieden, diese Game & Watch-Serie zu produzieren. Gunpei hat ein Patent geschrieben. Das seht ihr jetzt gerade. Das ist die amerikanische Fassung. Hier hat er detailliert dargelegt und auch sehr konkret, wie das Spiel ausschaut. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich die Beschreibung des allerersten Game & Watch-Systems mit dem Ballspiel. Auch gezeigt hat er hier die grundsätzliche elektronische Anordnung, wie das aufgebaut ist mit dem Prozessor. Und das haben sie dann umgesetzt. Dann gab es einen zweiten Mann und das war Shigeru Miyamoto. Der hat Donkey Kong erfunden. Und dann später auch den Mario und Atre Figuren. Ein Großteil der Innovation und der Magie liegt im Display. Flüssigkristall-Display. Ihr seht hier Flüssigkristall. Das ist alles das richtig dunkle Schwarze. Die Fässer. Der gute Mario. Da hat es keine Pixel. Das sind wirklich komplette Segmente. Dann hat es noch Folien, die farbig sind. Das hat mit dem Flüssigkristall erstmal gar nichts zu tun. Das ist auch Teil der Erfindungen, die hier drin stecken. Und ihr könnt hier auch sehen, alle Bewegungen, alles was möglich ist, hat jeweils eine eigene Zeichnung. Ein eigenes Männchen, ein eigenes Icon. All diese Segmente, diese LCD-Segmente werden über Leiterbahnen, unsichtbare Leiterbahnen angesteuert. Direkt vom Mikrocontroller. Das ist auch im oberen Display so. Hier noch das Kabel, was den Display oben mit dem Prozessor unten verbindet. Auch hier all diese Segmente, über 100 Segmente gibt es. Die kann der Mikrocontroller einzeln ein- oder ausschalten. Interessant ist auch der Folienstapel. Das gibt es so wie einen 3D-Effekt, wenn man aus verschiedenen Richtungen drauf schaut. Und wie das genau gestapelt ist, das schauen wir uns jetzt an. Im Deckel sind ja bereits Folien drin. Und zwar die zwei hier. Die klappen wir mal drauf, damit wir die richtige Reihenfolge haben. So, das ist ein Pullfilter. Ganz interessant, wenn ich den drehe, sehe ich durch oder nicht durch. Dann als nächstes kommt eine Folie, wo dieses Baugerüst farbig drauf ist. Das ist einfach ein Farbdruck, der hat sonst keine technische Funktion. Das ist die Glasscheibe. Das ist das eigentlich Flüssig-Kastall-Display. Und unter diesem Display sind dann nochmals drei Folien. Die oberste Folie ist wieder ein Farbdruck. Vermutlich Siebdruck. Dann kommt nochmals ein Pullfilter. Bei LCD dreht sich ja alles um die Pullfilter. Ich mache also polarisiertes Licht. Das Flüssig-Kristall dreht dann die Polarisationsrichtung. Ja oder nein. Und das zweite Pullfilter filtert das aus. Das heisst, man kriegt dann nachher durchsichtig oder gesperrt schwarz. So geht das. Dann die letzte Folie. Das ist der Reflektor, der das Tages- oder das Kunstlicht reflektiert. Weil es gibt ja keine Hintergrundbeleuchtung, so wie das heute üblich ist. Was wir jetzt sehen, was übrig bleibt, ist das tatsächliche Flüssig-Kristall-Display mit dem ganzen Mikro-Controller drin. Der hat wahnsinnig viele Anschlüsse. Die allermeisten Anschlüsse sind da, um all diese Segmente im LCD anzusteuern. Und zwar das untere Display, das ist hier angeschlossen. Und die andere Hälfte dieser vielen, vielen Beine, die geht dann über dieses seltsame Kabel zum oberen Display. Das Flüssig-Kristall-Display selbst, das sind zwei Glasscheiben, wo diese Segmente mit unsichtbaren Leiterbahnen aufgebracht sind. Und innen drin, in diesem Spalt, da sitzt die ganze LCD-Soße. Das war also LCD, klassisches LCD. Das kennt ihr auch von Uhren. Digital-Uhren funktionieren genau gleich. Die haben Segmente, die haben keine Pixel-klassische. Dafür brauchen sie auch absolut keinen Strom, nahezu keinen Strom. Und sie brauchen dafür aber Licht, funktionieren aber auch bei Tageslicht und direkter Sonneinstrahlung. Super. Wie geht das heute? Ich habe ein iPad mitgebracht, das haben wir hier geknackt. Mal schauen, was drin ist. Und drin schaut das dann grundsätzlich so aus. Ich habe den hintersten Teil, da ist der Akku drin und die ganze Elektronikprozessor. Machen wir mal weg. Vorne haben wir diese Scheibe. Das ist da, wo man drauf fasst. Da kann man durchsehen. Das ist aber nicht einfach eine Scheibe, sondern da hat es ein Kabel dran. Und der Grund ist, das ist die Touch-Einheit. Auf der Rückseite dieser Scheibe, man fasst also vorne drauf, auf der Rückseite sind unsichtbare Leiterbahnen. Die sind genau gleich gemacht, nämlich mit Indium-Cinnoxid, diesem seltsamen Material, was auch im LCD-Display vom Nintendo-Game drin ist. Und da ist also ein unsichtbares Netz drauf. Vorne dann, in der Mitte, ist dann die eigentliche LCD-Display-Einheit. Das sind jetzt aber sogenannte Aktiv-Pixel. Sonst ist der Aufbau ganz ähnlich. Ich habe, was ihr hier seht, ist der Pol-Filter. Ich habe Pol-Filter, LCD-Panel, wieder ein Pol-Filter. Dann habe ich eine Diffusor-Scheibe und hinten kommt dann das, was ihr hier seht. Das ist die Beleuchtung hinten. Auch hier ein Kabel geht da rein, allerdings nur ein winzig kleines Kabel. Das hat also nicht für jedes einzelne, der vielleicht mehreren Millionen Pixel eine Leitung, sondern das wird da seriell in hoher Geschwindigkeit übermittelt. Und hier hat es eine Elektronik drin, die dann das umsetzt für das Panel. Und im Panel selbst sind nochmals Millionen von Transistoren drin. So funktioniert das iPad, so funktioniert euer Handy. Das ist drin. Viel ist das natürlich nicht. Ein einziger Chip und noch ein paar Kondensatoren, Batterie und einen Quarz und einen Piezo-Lautsprecher. Das ist nahezu nichts. Die ganze Magie passiert also in diesem schwarzen integrierten Schallkreis IC. Was ist das? Spoiler-Alert, das ist natürlich ein Computer. Und was der genau tut, lohnt sich kurz reinzuschauen zu unserem guten alten Freund, den CL64, weil die sind ja praktisch beide aus dem Jahr 1982. Was steckt im 64er drin? Zur Erinnerung, wir haben drin Mikroprozessor, wir haben drin RAM-Speicher, Arbeitsspeicher, wir haben hier hinten die ROMs, da wo das Betriebssystem sozusagen drin ist, die Software. Und wir haben Video-Chip und Sound-Chip. Das ist offensichtlich deutlich mehr, als in unserem guten Nintendo Donkey Kong drinsteckt. Auch kostenmässig würde das nie gehen. Der C64 war so zwischen 700 und 1000 DM an oder azzumal. Das Nintendo-Game war irgendwo zwischen 50 und 100 DM. Also der C64 ist zehnmal teurer. Und was steckt jetzt drin? Das ist von der Firma Sharp, ein SM510. Das ist ein 4-Bit-Mikrocomputer mit eingebautem LCD-Treiber. Verrückt ist das eigentlich. Das ist die ROM-Grösse. Wir haben also nur etwa 2,7 KB ROM und sagenhafte 64-Bit-RAM. Noch ein bisschen mehr, weil da hat es noch Display-RAM. Aber das ist extrem wenig. Dafür hat es enorm tiefer Stromverbrauch. Was ist wirklich drin? Das ist das Blockschaltbild des gesamten Systems. Also das ist im Wesentlichen das Donkey Kong-System, weil sonst ist da ja nicht viel. Sieht verwirrend aus, ist gar nicht so verwirrend. Ich zeige euch mal den LCD-Teil. Das sind die LCD-Treiber. Das heisst auch die Anschlüsse. Ein Großteil der Anschlüsse hier ist LCD. Ihr seht jetzt aber, das LCD-Display hat über 100 Segmente. Das sind weniger Anschlüsse als Segmente. Und das ist, weil das gemultiplext ist. Und zwar vierfach. Das ist, was hier passiert. Das heisst, das multipliziert sich dann mit vier. Ähnlich geht es auch hier weiter. Das ist wieder so eine Multiplex-Geschichte. Und das ist die Tastatur. Da kann man also eine grössere Menge Tasten dranhängen. Beim Donkey Kong sind es ja nur ganz wenige. Da könnte man ein komplettes Keyboard anschliessen. Und übrig bleibt dann dieser Teil hier. Das ist der eigentliche Mikroprozessor. Der eigentliche Prozessorteil. Dieser ganze Teil hier. Und damit das überhaupt funktioniert, braucht es hier noch einen Quarz. Und das ist unser Speicher. Das ROM und das RAM. Das RAM ist zweiteilig. Das ist das normale RAM. Da wird also drauf gearbeitet, um das Spiel auszuführen. Und das ist der Bildschirmspeicher sozusagen. 32 mal 4 Bit Bildschirmspeicher. Das ist das gesamte System. So funktioniert es. Das ist also unser Donkey Kong Spiel mit einem einzigen Chip drin. Mit einem kompletten Computersystem auf einem einzigen Chip. Inklusiv RAM und ROM. Also auch das Spiel ist da fix reinprogrammiert in diesen einen Chip. Wie vergleicht sich das jetzt leistungsmässig mit zum Beispiel dem C64? Das schauen wir uns an. Wir schauen auch noch an, wie das mit dem iPhone, mit dem aktuellen iPhone so steht. Und immer ein guter Vergleich ist noch der Mondlande-Computer der NASA aus den 60er Jahren. Der wird ja gerne erwähnt, häufig etwas despektierlich, weil der so primitiv sei. Vergleichen wir also den NASA Apollo Guidance Computer aus dem Jahr 66 mit Donkey Kong C64 von 1982 und dem aktuellen iPhone. Sofort fällt auf, der Donkey Kong, das ist nur ein 4-Bit-Rechner. Selbst der Mondlande-Rechner hatte 16 Bit und heute macht man normalerweise mit 64 Bit rum. Das ganze Programm steckt hier in sagenhaften 2772 Byte drin. Da hat er also auch die Uralt-Geschichte in der Mondlandefähre massiv mehr und natürlich heute exorbitant mehr. Der RAM C64 hat ja diese 64 Kilo Byte. Unser Donkey Kong hat 63 Byte, also nochmals tausendmal weniger und dann natürlich im Gigabyte-Bereich des iPhone. Takt ist interessant, der Donkey Kong läuft unwahrscheinlich langsam. Der läuft nämlich nur auf 16 Kilohertz und das ist ein Uhrenquartz. Das ist die halbe übliche Taktfrequenz einer Uhr. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb der Donkey Kong unwahrscheinlich wenig Strom braucht. Bemerkenswert, das ist 5000 Mal weniger als das iPhone braucht. Und damit wisst ihr genau, wie Donkey Kong funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liken bitte, abonniert den Kanal, schaltet das Glöckchen ein. Danke fürs Zusehen und bis bald wieder. Danke fürs Zusehen und bis bald wieder.